Alles war bereit für das grosse Hockey-Spektakel. Statt grossen Sport, Emotionen und Freude erlebten wir aber nur eine grosse Enttäuschung, Frust und Traurigkeit. Countdown statt Lockdown. Mit grosser Vorfreude schauen wir auf den 26. Dezember 2022. Wenn es heisst, wir sind bereit. We are ready. Liebe Gäste, dear Guests, enjoy the game! Vielen Dank!